Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin hier in einer sehr schönen Wache. Also ich freue mich heute auf den heutigen Tag. Die Sonne scheint. Die Wache ist zum etwas neidischwerden, sage ich gleich vorweg. Ich bin hier nämlich in Steinfurt. Warum bin ich hier? Fragen wir mal ganz kurz. Und zwar hole ich mal kurz den Christoph zu mir. Christoph, das bin ich. Super. Ja, vielen Dank. 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 Ja, vielen Dank.